Das Steak hat schon bessere Tage gesehen. Frank Morgan? Wer fragt? Goldfeldt, LAPD. Ich verstehe, du bist ein Freund von Adrian Black. Ja, ich weiß. Bist du sicher, dass er erinnert ist? Nein, ich habe das nicht gehört. Schwere Zeit. Wir haben dich eigentlich sogar schon verfolgt. Ich kann das nicht überspringen. Schade. Nein. Ich liebe Adrian. Er ist ein guter Boss. Nein, sagst du mir, du glaubst das, Felps. Was haben wir denn das letzte Mal? Haben wir es jetzt mal angezweifelt? Dann lüget er. Du lügst, Morgan. Du warst da. Und du sprachst mit deinem Arsch, Detective. Wie solltest du zeigen, dass ich in diesem Räufer war? Ja, das machen wir doch jetzt mit der Quittung, oder nicht? Du warst da, Morgan. Wir haben eine Receipt in dem Trunk des Auto. Es hat deinen Namen an. Wir können den Räufer in den Räufer nennen. Ja, das haben wir im letzten Mal, glaub ich, überrascht. Ja, hatten wir schon. Okay. Wo ist er denn? Wo genau ist Black Hold up? Keine Ahnung. Ich glaube, er hat er für Seattle entfernt. Äh, ja. Das war die Wahrheit? Das war schon ein paar Tage her. Stimmt. Ja, genau. Ich erinnere mich, dass das falsch war. Okay, schade. Eine Lüge. Ach so. Ne, ne, richtig. Ja, genau. Ne, 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 ne. Äh, Back Off, wie war das? Rechtsklick. Es ist nichts persönliches. Ich mache nur meinen Job. Du verstehst das? Ähm, dann war das Anzweifeln? Ja. Was war das denn auch eben? War das die Wahrheit? Ja, das ist es nicht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, wie geht's euch so? Gut. Okay, ja, so weit waren wir auch schon. So weit waren wir auch schon. So weit waren wir auch schon. Und werden diesmal hoffentlich nicht erwischt. Da geht er raus in seinem coolen Overall. Geht in sein farblich passendes Auto. Und dann heften wir uns, wie sagt man im Deutschen? Wir heften uns an die Fersen, wir... Weiß ich gar nicht. Wie sagt man denn? Irgendwie sowas, oder? Zu dicht? Zu dicht? Ich darf ihn ja auch nicht aus den Augen verlieren. Ich hoffe, er wünscht, er hätte diese Geschichte besser gemacht. Wir gehen jetzt an die Fersen. Und dann fährt er dann wieder langsam. Dann fährt er schnell. Dann fährt er an einer grünen Ampel. Dann fährt er über eine rote. Das blinkt schon. Alles okay. Wir sind nur ein ganz normales Auto. Ein ganz normaler Fahrer. Wir fahren hier ganz normal. Ganz ganz normal. Fahren wir hier lang. Und dann... Vor allem, dass ihm das dann nicht seltsam vorkommt, dass wir anhalten. So mitten auf der Straße. Da würde ich ja eher denken. Huch! Du hast eine ziemlich lustige Idee, was ein hohes Profil bedeutet, Fels. Da vorne ist er. Okay, wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Wo fährt der denn hin? Uuuuh! Hoffentlich nicht nach Seattle. Aha! Ich weiß gar nicht. Ist Seattle weit von das Ende? Ich habe keine Ahnung von amerikanischer Geographie. Tut mir leid. Wer da jetzt so etwas erwartet hat, den muss ich da leider enttäuschen. Halalala! Du könntest ja etwas schneller fahren. Woher gehst du uns, Mr. Morgan? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Fahr doch mal schneller. Die Polizei ist... Uh, Dame! Hält er da an oder biegt er da ab? Ah, hält er an. Morgans Apartment. 17.41 Uhr. Da gibt's Best Deals in seinem Apartment. Verdächtig! Der Shuttle! Okay, dann schauen wir mal. Ja, kannst du mal sehen, wie schnell da bei mir geht. Ja, ich glaub. Ich hab' dir gesagt, es war nicht stopp Glamour-Trafik, oder? Ich hab' nur versucht, zu lernen. Oh, komm mal, Fels. Schau, schau die schrecklichen Lehrer-Trafik für Leary. Du wirst nicht arbeiten. Okay, so. Wo wohnt er denn? F. Morgan. Morrison, Miss Kay Graham. Apartment 2. Wer wohnt noch? Ich will die anderen sehen! Kann ich nicht, okay. Also, Wohnung 2. Wird wahrscheinlich dann im ersten Stock sein, oder im zweiten. Okay. Lass uns unseren Freund eine Besuchung. Ja, mach' mal. 1 bis 4 ist hier lang. Was bist du? 1. Da sind wir. Klopf, klopf! Wer in der Hölle ist das? Willst du relaxen? Jesus, Adrian. Ich hab' dir gesagt, wir sind in der Klärung. Ich bekomme es. Ah, Scheiße. Es ist vorbei, Morgan. Herr Black? LAPD! Gib dich jetzt! Ich wusste es! Fels, geh nach ihm. Ich versuche, ihn in die Karte zu holen. Das ist der letzte Runde. Und der rennt jetzt vor uns weg? Es gibt keinen Sinn, Adrian. Go, 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 Phelps! Wow! Und der Hut bleibt sitzen! Mr. Black, komm' hier jetzt! Mr. Black, komm' hier jetzt! Mr. Black, komm' hier jetzt! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das wäre leichter! Nein, es wurde einfach viel schwieriger geworden. Adrian Black, du bist unter Arresten. Für Konspirativen und Verbrauch. Wir werden sehen, was die D.A. muss sagen, was die D.A. über die Polis-Ressourcen verbrauchen auf einer wilden Gusschase wie dieser. Du wirst deine Frau verlieren, dein Job verlieren und wahrscheinlich in der großen Haus. Ich hoffe, sie war es wert, Adrian. Ja. Das hoffen wir alle für ihn. Aber vielleicht war es ja die Knallerfrau schlechthin, die es wert war, dass er alles auf Spielsetzen verliert. Es war so, dass es ziemlich ein Problem ist, hm? Adrian. Was ein Idiot. Du hast einen Arresten und eine Erklärung in deinem ersten Fall und in gutem Stil auch. Gut gemacht, Detective. Efficiente Investigation-Technik, gute öffentliche Präsent. Ja. Du behältst das und hast hier von Bukowski gelernt und kannst du einen langen Weg in diesem Bereich gehen. Yippie. Captain Gordon Leary. Unser Captain auf diesem Schiff. Einen Hinweis haben wir nicht gefunden und drei Fragen falsch beantwortet und 2664 Euro Fahrzeugschaden und 110 Dollar Sachschaden. Fallabgeschaut und verdienstvoll. Frank Morgan hätte bei härterer Befragung mehr bei Adrian Black ausgesagt. Ja. Ich habe ja... Ich habe ihn falsch eingeschätzt. Es tut mir leid. Ich habe falsch mit Lüge und Wahrheit. Habe ich mich ein bisschen vertan. Es tut mir leid. Aber immerhin haben wir den Fall aufgeklärt. Wir mussten auch nur zweimal... Der Wagen des Konsuls. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Also den Fall eben konnte ich mich erinnern, aber das... was ist das denn? Der Wagen des Konsuls? Gibt es auf dem PC vielleicht neue Fälle als auf der Konsole? Hm. Wäre interessant. Okay, wir werden es kurz halten. Ich bin schon lange für die DA. Erstens. Phelps, Bukowski. Wir haben einen Report von einem neuen Packer über einen fehlenden Ort auf der 2. Straße zwischen Olive und Grand. VR ist ein Oswald Jacobs. Er sagt, das Fahrzeug wurde in seinem Hintergrund. Ja, ist dieser Fall neu? Für PC? Okay. Oh, wir laufen von alleine. Geh weg, Fliege. Ja. Rimsky, O'Halloran. Intelligenz hat Informationen auf einem stolen Auto-Racket. Okay, also... Ja, das ist ja der Knallerfall. Da gibt's mehr als das. Niemand schweißen neue Packer, ohne dass sie es bezahlt haben, ohne zu fragen. Du bist alles fertig. Du bist auf Feuer heute, Einstein. Sehr lustig. Komm mal, mein intensiver Bruder. Lass uns die Welt retten. Ja. Wir retten die Welt. Aber in unserem Auto. Wir lassen jetzt die Türen da von diesem Auto, äh, zumindest die Beifahrertür offen stehen. Uuuh, den Würstelstand will ich ja nicht, äh, kaputt fahren. So, Tattoo, tataa. Hörst du über Adrian? Er hat sich in Seattle gebracht, er hat ihn rausgebracht. Die Frau sagt, sie wird ihn wegnehmen. Die Frauen in generell haben sie mehr Kompassion gezeigt. Was sprachst du? Adrian hat sich auf ihn verbrannt, der hat den Sekretär. Margaret, sie zeigt etwas Freude. Freude kommt vor einem Fall, Bukowski. Ich spreche von Erfahrung. Jakobshinterhof. 14 Uhr. Oder Jacobshinterhof. So unbekannt vor alles. Das ist nicht gut. Wenn ich Spiele blind spiele, kommt doch immer so, Hula-Han. Hula-Han. Wie heißen sie Hula-Hup? Hula-Hup-Hula-Han. Hula-Han-la-Huper-Han. Wir haben eine Anruhe über ein verabschiedetes Fahrzeug. Ja, Herr, das Fahrzeug hat Flaschen. Vielleicht ein bisschen diplomatisches Fahrzeug. Hat jemand dieses Fahrzeug seitdem du gekommen bist? Nein. Und der Jakobshinterhof war dort auf der Station, bevor ich hierher gekommen bin. Wir sprechen mit ihm in einem Moment. Gib uns Zeit, um den Ort zu schauen. Klar, gib deinen Zeit. Er ist ein schmerziger Mann von Bussch. Okay, das ist wirklich neu für mich. Wir müssen die Registration nutzen, um den Geschäftsführer zu verabschieden. Gültig bis zum 31. März 1948. Packard Klipper Registrierungsnummer und Kennzeichen PR 706 Argentinisches Generalkonsulat zu 210 5500 Wheelchair Boulevard Los Angeles, Kalifornien. Hä, hä, hä. Das ist süß, nicht süß. Das ist von der Argentinischen Embassy. Okay, ich hab heute noch mit einem Argentinier gesprochen. Wie witzig. Ich muss mich mal fragen, ob er damit was am Hut hat. Was war hier Ding Dong? Was haben wir hier im Körperraum? Nix von Instahit diesmal. Ist ja schon mal ganz gut. Da haben wir noch irgendwas. Legt das wieder hin. Legt das wieder hin. Das ist mein Hinweis. Mein. Optimistischer. Pappbecher. Mein Baseball. Es würde einen schmerzigen Mann als ich um das zu verbinden. Ah, das war's. Das sind nur die beiden Sachen hier, ja? Okay. Jeden hat so eben geblinkt. Ding Dong. Ey, ist schon wieder ein Werkzeug. Steht da vielleicht noch Instahit drauf. Na, wo war das? Ruckel die Ruckel. Da. Eigentum von Dewey Bros Package. Ein Kombination Ruckel. Sie muss es nutzen, um die Ruckel zu entfernen. Die Ruckel ist für Amateur. Die Ruckel würde in einem Schmerzigen beobachten. Hm. Du bist immer noch da beim Baseball. Ja, fuch du dir mal in Ruhe den Baseball an. Jetzt hier was im Busch. Huch. Upsala. Da ist eine Dame. Boom, boom, boom. Achso, kann ich hier schon mal anrufen? Und nach irgendwas fragen? Ich weiß grad nicht nach was, aber... Hallo? Cole Phelps, Badge 1247. 1247, jo? Wala. Wie kann ich mir helfen, Detective? Oh. Die Dame schon wieder. Kannst du den Namen Dewey Bros. Possibly ein Dealer-Ship- oder Karm-Mechanik-Workshop? Einen Moment. Dewey Bros Package. 629 Figaro Street. Vielen Dank. Got it. Got it. Danke. Jetzt wär's ja nicht mehr da. Mülleimer ist auch nix. Der Waldmann will dich noch nicht reden. Hm. Vielleicht in dem Mülleimer irgendwas? Da war was. Eine Flasche. Diese verdächtigen Ding-Ding-Machenden Flaschen. Aber diese Flasche ist sehr relevant, Cole. Die andere ist noch viel relevanter. Umständlich. Ich weiß nicht, warum du das machst, aber ich wünschte, dass du zuhörst. Problem, Alter. Alte. So, komm. Sportlich drüber hüppen. Ach, hier kannst du es nicht, ja? Hier aber. Hui. Ding-Dong. Ah. Ein Streichhandsbriefchen. Faberbühne hatte. Wie? Vielleicht war der in der Bar hier. M. Es gibt immer noch Hinweise. Madame, es gibt immer noch Hinweise. Also, Moment. Wir haben hier A. B. Was war das? C war das. D war das. Es gibt noch Hinweise. Es gibt noch Hinweise. Oswald Jacobs? Nein, ich will doch nicht mit dir reden. Nein! Was hat genau hier passiert, Herr Jacobs? Letzte Nacht, ich war aus meiner Fenster. Okay. Ich möchte ein Augenblick auf was passiert. Ich kann das verstehen. Siehst du das? Siehst du dieses fehlte Lott? Verdammte Kinder spielen hier. Sie spielen immer meine Fenster. Sie fragen immer immer, ihre Ball zurück. Können wir zurück zum Auto kommen, Herr Jacobs? Entschuldigung. 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 Letzte Nacht, ich sah dieses brandspankende neue Packard auf Brücken. Siehst du, wer die Packard aufbrücken hat? Ja, das habe ich getan. Ich sah drei verdammter Mexikaner, die auf dem arbeiten gehen. Kannst du uns erzählen, was sie waren? Sie benutzen die Headlights von einer alten Ford, damit sie das Ding entfernen können. Ich sagte ihnen zu ihnen. Ich kenne die Schäden. Also, sie laden ihre Fahrzeuge und riefen. Sie riefen, riefen und riefen und riefen mich an mich an Mexikanern. Du sprichst Spanisch, Herr? Nein, ich mache nicht. Okay. Verdächtige Latinos. Da guckt er aber schon anders als eben, oder? Das zweifeln wir immer an. Ja. Ja. Ja, pass mal auf, was ich alles kann. Kann dir ganz schön viel anhängen. Mögliches Fahrzeug des Verdächtigen. Es war ein altes Ford. Ich habe die Fahrzeuge nicht gesehen. Natürlich hast du, natürlich. Ach, verdammt. Scheiße. Du solltest lernen, mit älteren Menschen mit einigen Mannschaften zu sprechen, du Scheiße. Na, na, na. Aber ich dachte, so ein Typ wie der hat auf jeden Fall das Nummernschild. Fahrzeug mit abmontierten Teilen. Was genau sah du sie genau? Sie waren an den Fahrzeugen. Das ist alles, was er genommen hat. Jetzt guck ich schon wieder so komisch. Und er auch. Genau. Also, was hast du genommen, Jacobs? Willst du meinen Partner, um dich anzupacken? Ich habe ein Notenbuch in dem Schraubkompartment gefunden. Ich werde dir zeigen. Es ist auf dem Schraub auf meinem Porsch. Ja, 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 ja. Danke für deine Hilfe, Herr J. Immerhin, Dreiviertel. Wir haben den Officer Tabot über eine formelle Statement besprochen. Tabot oder Hula Hula. Würdest du das Auto rausnehmen? Vielleicht kannst du zurück und etwas über die Kinder machen. Wie geht's, wir bringen dir eine Umpire-Masche? Hahaha. Hahaha. Okay. In der nächsten Folge werden wir uns mal dieses Notizenbüchner angucken. Und vielleicht noch nach anderen fehlenden Hinweisen suchen. Und schon wieder eine Frage falsch. Naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüsschen. 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 Bis zum nächsten Mal.